In der letzten Episode. Nee. Ja gut, das ist da... Oh, oh. Gott sei Dank. Was mit den Autos? Ah, die gehen. Das ist ja praktisch geil. So, was ist mit diesem LKW? Okay, vielleicht nicht von hinten. Vielleicht von vorne. Wat? Ah ja. Und so geht's weiter. Herzlich Willkommen bei Mist Survival in der Folge 27. So, in dieser Folge packen wir die Axt aus. Zumindest zuerst mal, ja. Es ist halt 16 Uhr irgendwas. Und da kann man nicht mehr wirklich viel machen. Wir wollen ja dann auch noch in die Mine. Aber nur mit frischer Stamina, würde ich mal sagen. Also wenn wir dann halt wieder fit sind. Also vor allem Fatigue halt. Dass wir da einfach wieder genügend Erze. Also Kupfer ist halt wichtig, wegen... Dass wir da Messing machen können. Weil wir haben ein bisschen Überfluss an Zink. Und ansonsten natürlich Schwefel und Salpeter. Und Eisen brauchen wir auch noch. Wir haben echt... Noch genügend Eisen zu sammeln. Weil wir die Barren, die wir inzwischen zusammen gesammelt hatten. Alle in einen Hammer investiert haben. Der uns bisher auch gute Dienste geleistet hat. Hallo. Mal treffen. Mal treffen. Der Stamina geht gut in den Keller, Junge. Ja. Huch. Gut. Sehr schön. Da können wir hier das letzte Stück mal wahrscheinlich fertig machen. Wahrscheinlich haben wir nur 6 Logs, nehme ich mal an. Können wir nicht, weil... Hammer und... Ja. Die Stamina ist alle. Weil Hammer und Säge fehlen. Die sind beide hier drin. Müssen wir natürlich ins Inventar legen. Ne, wir haben 8 Stämme. Okay. Dann müsste es ja passen. Ja, sehr schön. So, das geht jetzt ein bisschen um die Ecke. So, das hat eine Aussparung. Das heißt, das nächste... kriegt dann keine Aussparung. Das ist ein ganz normales Nehbau-Menü, wollte ich. So, hier. Hier. Dien. So. Genau, die bauen wir oben drauf. Okay, wie war das? Kuh? So, passt das so? Mal gucken, ob das so passt. Aber ich denke... Also die Flucht mal anpeilen. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, was haben wir? Ja, sind wir jetzt schon viel weiter gekommen. Ein Stamm klebt. So, dann holen wir mal Nägel. So, die haben wir jetzt hierhin gelagert. Einfach, dass wir die nicht mit dem Metallschrott zusammen mischen, weil inzwischen... sieht es inzwischen auch so aus. Ja, das war sehr erfolgreich, der letzte Tag. Ähm, also die letzte Folge. Weil wir haben diese Autos, die du nicht auseinandernehmen kannst, äh, fachgerecht entsorgt. Ja, so wird das dann doch. Das ist ja schon nicht schlecht. So, dann würde ich ja sagen, wir können jetzt wieder eins mit Aussparung, beziehungsweise... Ne, wir machen keins mit Leid. Wir machen einfach eins mit Aussparung wieder. Soll ich gut drehen. So. Mal gucken, dass wir das von der Flucht halt richtig anpassen. Ah, wie sieht denn das aus? Halt. Ja. So, wie ist das? Passt das dann so? Ich glaube ja, ja. Ja, soll ich doch sagen. Es wird... Ach, du Schande, es ist schon wieder so finster. Es ist 20.29 Uhr. Krass. Gut, dann würde ich sagen, aber die Haier... ...wird wir dann im nächsten Tag entsprechend... ...zehn Stunden bitte... ...in die Mine können. Gut, sehr schön. So. Ja, ich hab mich mal schlau gemacht wegen, ähm... ...dem Berserker, weil das hat mich jetzt dann doch mal interessiert. Ah, warte mal, nimm mal... ...diese Dose, genau. So, wir haben Nägel. Die müssen wieder zurück. Die Bretter müssen wir natürlich dann vorne rausschmeißen. Genau. Ja. Weil es gibt ja den in der Mine. Und der Berserker ist wohl... ...so wie ich das gesehen habe, ein Boss. ...Kampf. Und der hat wohl, ich sag mal, schon einiges zu bieten. Also ich hab da halt diese... ...so eine Demo-Video vom Entwickler gesehen. Und es gibt wohl auch so einen Immortal-Modus, also wo du halt nicht sterben kannst. Und da hat er das halt gezeigt, wie er... ...da halt mit dem gerungen hat, zumindest ein bisschen. Und, ähm... Ja, der ist wohl so eine Art Boss. Der, ähm... ...halt in diesem hinteren Abschnitt ist, wo wir da... ...wo wir dann in der Mine-Reloaded-Folge waren. Und der schluckt wohl gut. Also der hat wohl, der hat wohl ordentlich, äh, Power, sag ich mal. Und das ist dann wohl auch immer so, dass der hat... ...du kannst ihn halt niederknüppeln, erst mal. Und, ähm, hat er natürlich auch sein Angriffswellenmuster und so weiter. Und muss dann entsprechend Pause machen. Und greift dann wieder an und so weiter. Und in diese Zeit, wo er Pause macht... ...kommen dann sozusagen normale Zombies. Und, ähm... ...ja, es scheint wohl wirklich so zu sein, dass halt, ähm... ...der nur dort vorkommt. Also es ist ja nicht auch noch für was anderes vorgesehen ist, sondern... ...dass der ausschließlich, ähm... ...in dieser Mine... ...ähm, wartet, sozusagen erledigt zu werden. Äh, ja, welchen... ...was man dabei rauskommt, rausbekommt... ...das weiß ich nicht, das muss man dann halt mal gucken. Aber ich werde ihn natürlich jetzt nicht vornehmen, weil ich hab... ...ich hab mir da halt in dem Video gesehen... ...der Typ hat halt echt Granaten und ohne Ende Schuss auf den draufgelatzt. Und, ähm... ...ich sag mal so... ...der hält wohl einiges aus. Ja. Das heißt, du brauchst erstmal echt fett Munition... ...bevor du da anfängst, dich da um den zu kümmern. Achso! Na doch, wir haben sie dabei auf der 4. Ist ja die Pickaxt. Ja, natürlich. Ja, aus dem Grund war es auch, äh... ...gar nicht so unklug, da wirklich, ähm, zu sagen... ...okay, ähm... ...wurde ja das so ein Karnbeer-Sager, dass man dann halt... ...dann die Flucht ergreift, weil... ...der hat wohl echt fett Ausdauer und... ...Power. Ja, der wirft dann mit Stein um dich, um sich. Der gräbt dann irgendwie so einen Block aus... ...der sieht dann so ähnlich aus wie so einer und wirft den nach dir. Gut, das brauchen wir ja eher. Das ist dann für die Schwarzpulver-Geschichte. Müssen wir eventuell auch mal... ...ein Feuerchen machen. Wir kennen das mit der Holzkohle. Ja, sehr schön. Komm. Okay, wir haben alles. Ja, und deswegen, ähm... ...muss man da halt ein bisschen... ...vorsorgen, falls man den dann angreift... ...in Angriff nehmen will, sozusagen. Er lädt wieder ein paar Sachen nach. Was ist das eigentlich hiermit? Ah ja. Wenn du mal so Interesse zahlst, was man halt hier in der Höhle alles... ...Höhle ja, in der Höhle. Nichts wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben sie hier nicht so wirklich viele Destructables reingetan. Ja, sieht so aus. Es verbraucht nur Stamina. Dann lassen wir das. Dann kümmern wir uns lieber mal um die Erze. Huch. Oh, da unten endet sich die Welt. Interessant. Haben sie die Fugen nicht dicht gemacht. Ja, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist Zink. Wird aber nochmal echt genug. Das ist gar kein Problem. Also nicht echt genug, aber ich würde sagen, vorrangig würde ich mich mal um Kupfer und Eisen kümmern. Hallo? Ja. Das war Eisen. Und jetzt kommt noch Kupfer hinterher. Geflogen. So. Ja, bei der Stamina muss man halt ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel rennt. Okay, das ist wieder Zink. Dann lassen wir das erstmal. Es kann natürlich sein, dass da was drin ist. Aber das kann man ja beim Ausgang noch checken. Das ist auch Zink. Okay. Das ist Kupfer. Sehr schön. Ah ja, Zement. Noch mehr Kupfer. Geil. Da ist Eisen. Und Schwefel links. Hallo? Ah ja, das klappt dann doch mal. Okay. Uff. Und noch einmal. So, da haben wir noch Zement. Nee, Beton. Was ist das? Ah, Salpeter und irgendwas anderes. Könnte Zink sein. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja, das war Zink. Okay. Okay. So. Ja, hier ist alles dicht. Huch. Ha. Leuchtungseffekte sind noch nicht ganz hundertprozentig. Ach, guck mal. Das Zeug hier durch die Gegend fliegt. Sehr krass. So Wie sieht es hier weiter aus? Ah ja, Kupfer, sehr schön Na komm Ich fände es ja lustig, wenn es mal in so einem Spiel implementiert wäre Dass du wirklich wie so eine Ader hast Die du dann abbauen musst Wo du dann mit der Zeit immer schwerer hinkommst Also nicht im Schwere halt, aber es dauert halt immer länger Weil du dich sozusagen weiter in den Berg vorgraben musst Das fände ich ja auch mal spannend Das sowas umzusetzen Okay, das Zink lasse ich erstmal Wir gucken dann inventartechnisch Sind wir ja schon wieder ganz gut voll Ob man das dann auf Rückweg noch mitnimmt Das sind zwei Dinger wieder, okay Zweimal Kupfer, ah ja, sehr schön Hallo Jo Wenn du nicht genau triffst, dann macht einfach gar nichts Ach du Schande Weil das Zeug immer durch die Gegend fliegt Mann, Mann, Mann Ja, ich gehe auch erstmal voran Wegen der Stamina-Geschichte Weil es geht Ist nicht ganz so extrem Aber gut, es ist auch 8.46 Uhr erst Ah ja, Kupfer Ne, nicht Kupfer Was sag ich denn? Schwefel Und der Zink halt Das müssen wir halt dann mitnehmen Übrigens 29 Grad hier in der Höhle Also es ist eine sehr warme Höhle Wir sind schon sehr Guck mal, da ist ja noch Salpeter drunter Britzt wahrscheinlich gleich durch die Gegend Ja, siehste Was gedacht Ja Hallo Schwefel Hallo Schwefel Hallo Schwefel Hallo Schwefel Hallo Schwefel Ja, tschüss Schwefel Gut, dann sind wir hier durch Hä? Ist ja schon wieder neu gespawnt Das ist ja lustig Na gut Sag jetzt nicht nein Warum nicht? Sind wieder mehrere Echt, so schnell spawnt das Zeug hier nach Hier sind nicht alle 6-8 Stunden? Ach Gold Das ist es aber noch gar nicht gehabt Ist ja dann schon selten Ja, nicht wirklich Ja, das zwingt halt So, sehr schön Okay So, ich schau mal ins Inventar Shit Wir sind voll Gut, okay Dann rennen wir erstmal raus Und es schmelzen mal ein paar Sachen Dann müssen wir halt nochmal einen Gang rein machen Also kommen wir auf keinen Fall vorwärts Das ist ja klar Wie ist ja dann doch ein bisschen viel Tja Ruckeli Ruck Er fängt schon wieder an Sachen nachzuladen Und es sieht auch neblig aus Seine Es sieht nur so aus Ist es aber nicht Okay Dann Gucken wir erstmal das Licht aus Es ist ein bisschen hell Eisen auf jeden Fall Hatten wir acht Dann hatten wir hier Kupfer 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 Ja komm, wir schmelzen einfach zweimal Kupfer Wir haben so viel Kupfer bekommen Gut Cool Coole Sache, Leute So, dann kann man nämlich hier mal Wir werden jetzt sowieso Zweimal was Ne, einmal was essen Einmal was trinken Und das Zeug kann ja schon hier rein Zumindest das, was Zu achter gestapelt ist Das geht ja dann nicht höher Ja, okay Fünf Erze gibt's Ne, sechs Sechs gibt's hier Ne, fünf, sechs Sechs Stück, genau Eisensalpeter Zink Ne, Kupfer Gold Zink Und, äh, Schwefel So Das Ne, halt erst Eat Und Drink Gut Dann hat das ja schon mal seinen Sinn erfüllt Oh, Boller, die Boller Ja Ja, das braucht noch Okay, also wieder hinein Mit Licht natürlich Okay, das ist noch nicht neu Wir müssten auch noch mal, ähm Beziehungsweise ich würde gerne noch mal Beim, äh, alten Im ersten Place, den wir hier hatten Vorbeigehen Und, ähm, da einfach Das müssen wir wahrscheinlich separat machen Mit einem Lootgang durchgehen Und das Zeug rausholen Wir hatten halt sehr viele Werkzeuge Und, ähm, dann würde ich halt auch gerne Das ganze Mobiliar, was wir da halt hatten Zerlegen Also, wir hatten ja auch da die Werkstatt gebaut Und so weiter Wir haben ja gesehen In der, äh In dieser Autowerkstatt Ähm, dass man das ja auseinandernehmen kann Man gewinnt da ja was wieder Und dann würde ich das gerne machen Dass wir da Bestens versorgt sind Okay, hier ist jetzt nichts neu gespawnt Ne Hm Merkwürdig Ist wohl nicht gleichmäßig Ist wohl nur Hat wohl jedes Jeder Platz So seine eigene Spornrate Und, äh, ist auch Sein eigenes Spornplatz Ja, Eisen Sehr schön Ui, ein Stück Echt zu viel Wow Das war natürlich schon Ne, da ist noch was Hm Hallo Echt, das war alles Ne, da ist noch eins Dass man so weit wegfliegt Macht's natürlich schon speziell Hat dann, hat dann ein bisschen was von Ostern Aber nur ein bisschen Okay, dann gehen wir jetzt erstmal geradeaus Ähm Bis zu dem Bersergehalt Weiter gehen wir da nicht Wahrscheinlich haben sie dann auch deswegen hier die Minenarbeiten eingestellt Dem haben sie halt nicht klar Ich hatte noch selber nicht so viel Munition Ach, guck mal Eisen und Salpeter Äh, ja Ich denke, das war's Ja, ich hab gesehen Man kommt wohl so rein Man muss sich ducken Ja, natürlich Weil man geradeaus nicht durchkommt Okay Aber sonst seh ich ja hier nichts Was ist das hier? Ja Oh, das ist ja schön Hallo Was heißt das jetzt hier drin? Äh Wahrscheinlich nichts Schwarz Hä? Da ist irgendeine Struktur zu sehen So Unterlegscheiben und sowas Und Schrauben Oder sowas Nägel Haben wir eigentlich den Schlafsack dabei? Ja, haben wir Können wir zwei Stunden schlafen? Ja Ach, er macht das halt jedes Mal Wenn es halt losgeht dann Ist ja auch nicht so schlecht für die Fatigue Ja Natürlich Noch mal Eisen Okay Gold Okay Huch Nee Das war nix Ja, und hier ist wohl der Herr Der Herr Berserk Herr Guck, ob man sieht Ich geh aber gleich wieder raus Da, komm, da Ja, der ist ja wieder weg Ja, und der hat wohl gut was drauf Das ist auch so eine Arena Das sieht man ja so ein bisschen hier Das ist so ein bisschen so eine Arena Ich weiß auch gar nicht Ob es da hinten dann noch weiter geht Da, wo die Spitze von der Zacke ist Das weiß ich nicht Ob man da sozusagen durch muss Und dann Die Frage ist halt Wie oft kannst du da durch? Musst du dann jedes Mal platt machen? Tja So Da vorne das Zink Wie haben wir noch Zink? Wir nehmen das jetzt halt mit Weil es jetzt halt da ist Und vielleicht ist ja noch was drin Das wissen wir ja immer nicht Von außen sieht man das ja nicht immer unbedingt Weil sie sehen halt auch gleich aus Also wie Kupfer und Eisen Okay, das war dann tatsächlich nur Zink Ist da ja sonst noch irgendwas nachgespawnt Oder so? Oder wie ist das hier? Ja, nur noch der Schwefel, der nicht geht Will nicht Er will nicht So Dann haben wir hier nochmal Ja, hier sieht es aber sauber aus Okay Gucken wir nochmal links Ah ja, hallo Kupfer Die hatten wir auch schon mal hier Das sind wieder mehrere Sachen Okay Kupfer und Zink Ja, aber Zink haben wir echt zu viel davon Ist wahrscheinlich auch nicht immer gleichmäßig Schätze ich mal Ja Hier ist nichts Okay Ich glaube bei dem LKW war noch eine Stelle Und dann ganz geradeaus ist auch nochmal Zink Reinkriegen wir es auf jeden Fall Ist nicht das Problem Nee, doch nicht Nur das hier Das ist Eisen Gut Okay Uh, ist dahinter was? Nee Hätte hier sein können, dass die Entwicklerschlingel da was verstecken Alles klar Ich glaube, dann ist die Mine erstmal wieder clean Hier vorne Oder hinten Oder wie auch immer Naja, nee Drehst dich um Ist schon wieder was Neues da Klassischer Fall von Da wirst du nie fertig Okay So, genug ist genug Würde ich sagen Genug Haben wir jetzt aber gute Ausbeute Alter Schwede Dann können sie dann die Entwickler Klar, dann Die Zombies hier aktivieren Das macht dann gar nichts Wir sagen dann einfach Danke, wir haben schon Uns reicht es So, ich renne nicht zu viel Weil Wir brauchen das vielleicht noch im Ausgang Ja, hier ist es wohl immer ein bisschen neblig Oh ja Und trotzdem erholt sich Obwohl sich das so langsam anfühlt Erholt sich die Stamina immer noch schneller Als in Long Dark Und obwohl du ja viel mehr rennen kannst Ja, das ist eh noch das Lustige So, wir gucken mal Ob das jetzt inzwischen gefixt ist Bin ich sicher Ich glaube, die Antwort ist ein klares Nein Okay, wir gehen mal ein Stückchen Und dann gucken wir, ob da was ist Und ansonsten Können wir hier hinausrennen Alles klar Die Barren müssen ja auch fertig sein inzwischen Licht aus So So ein bisschen umgreifen Sehr schön Ja, warum das immer auch nicht geht Ich verstehe es nicht Wir fahren jetzt auch nach Hause Also wir werden jetzt hier nicht noch Äh, noch weitere Häuser abluten Beziehungsweise Doch zu einem Haus fahren wir noch Der Jürgen hat das geschrieben Das wo ein Keller sei Das war das Haus da rechts oben Mit dem Zelt jetzt Äh, das da Mal gucken Ich hab das halt übersehen Oh, bitte bleiben Oh Hallo Jo, hey Wir stecken fest Ach ne, wir kommen wieder raus Ja, wir müssen uns mal Auf die Suche nach einem neuen Auto machen Das kann doch nicht sein Moment mal Sekunde, komm mal hier wieder rein Ja, F3 Ach, verdammt Mist Ich hätte es sein lassen sollen Äh Ja, die Autophysik hier ist echt ein Traum So, wo hab ich den Keller übersehen Wo hab ich den Keller übersehen Beziehungsweise Ne, falsch Wie ist denn das Nö So Ach hier Ah, sehr schön Danke für den Tipp Ach, geil Das ist ja der Hammer Der kann man gleich wieder füllen Chocolate Bar Super Tipp, danke Das ist ja der Hammer Warte, hier war doch irgendwas Oder hab ich das übersehen Äh, falsch gesehen Wahrscheinlich Das ist ja cool Ja, nicht schlecht Herr Specht So, nur Toll Wo kriegt man jetzt ein Auto her? So, Mist Ja, das ist eine gute Frage So, Sekunde Wir brauchen Ach, wir haben nicht genug Teile Ich fass es nicht Ach, das ist jetzt nicht wahr Ja, okay, gut Dann heißt es erstmal Wir laufen Und holen uns ein Auto So sieht es wahrscheinlich aus Ach, na toll Äh, okay Gut Es hilft ja nichts Ich versuch mal ungefähr In Richtung anzupeilen Ohne über Bären zu laufen Das Braunrate soll ja Voll geringert worden sein Aber man weiß es nicht Wo ist denn eigentlich unsere Knarre drauf? Auf der 1 und auf der 2 So, die Pickaxe brauchen wir ja jetzt nicht Dann machen wir auf die 4 dann Die automatische So, hier waren wir ja auch schon mal Da war auch ein Bär in der Nähe Mal gucken, ob hier was Neues Ist, aber ist es nicht Doch ein Bär da rechts Mhm Okay Ja, das ist unser Weg Auch mal vom Anfang gewesen Ist immer am Anfang immer geschlappt Möchtest du noch Platz für Steine? Ich glaube nicht Hey, lass uns das denn zu unserer Hütte machen Zum Glück haben wir unseren Nebel schon gehabt Boah, so viele Bäume Da möchte ich doch am liebsten die Axt schwingen Der Traum eines jeden Försters und Abholzers Zugleich Ja, man muss den Guten dann auch mal ein bisschen zur Kräft kommen lassen Oh, so viele Steine hier Ja gut, jetzt brauchen wir es erstmal nicht mehr Aber dann weiß man auf jeden Fall Dass es auf dem Weg hier Also wenn man da hinkommt Auch Steine gibt Ja, da oben haben wir auch noch nicht Das ist noch der Tag 1544 Okay Das ist ja schon gar nicht so schlecht Da kriegt man das mit der Karre noch hin Okay, da vorne ist unsere Hütte Schöner, schöner Mist Na gut, dann können wir auf jeden Fall hier Sachen schon mal einschmelzen Während wir das Auto holen Äh, muss man ja dann die günstige Gelegenheit denn quasi auch mal nutzen Okay, wir machen gleich noch mehr Eisen Das sind dann nochmal vier Barren Sechs Barren, ich korrigiere Äh, dann machen wir mal Messing Und, ähm, schmelzen einfach mal Äh, noch ein bisschen Zink ein Genau Da war nochmal mehr Gut, alles klar So Jetzt einfach mal hier hin Dann müssen wir den nicht nochmal zurücknehmen Ne, das ist falsch Ganz links gewesen Genau Gut, zu essen, zu trinken haben wir Jetzt brauchen wir Autoteile Ja, da kenne ich ja den richtigen Ort dafür Also brauchen das, wir brauchen das Motor, äh, Batterie Reifen, Reifen Reifen, Reifen Ja, und dann halt noch die Karosserie Da muss man sich dann schon fragen Wieso kosten Autos eigentlich so viel Wenn du nur einen Motor brauchst Viel Reifen Eine Zündkerze Und, äh, eine Batterie Kannst du zusammenrechnen Plus die entsprechende Karosserie Oh, schön Ich will mich jetzt aber nicht um Bären kümmern Ernsthaft nicht Da oben Mann, Mann, Mann Diese Schrecksekunden immer Da muss ich sagen, ich bin doch froh Dass sie dieses Bären-Spawn-Rate gesenkt haben Wäre ja sonst schon ein bisschen viel Ja, juhu Dort Benzin hinein Viel, äh, Tank Okay, dann sind wir abfahrtsbereit Sehr schön Auf ein neues, würde ich sagen Was für ein Aufwand Gut, nun könnte man sagen Oh, das Spiel macht einem so einen wahnsinnigen Aufwand Den man ohne das Spiel nicht hätte Ja, das stimmt auch Aber ohne das Spiel würde man das Spiel natürlich auch nicht spielen Das ist ja klar Weil, ähm, ich sag's mal so Es ist ja dann nicht ganz auf halben Wege zwischen Äh, Mine und Unserem Häuschen Aber es ist nicht gar zu weit weg davon Macht ja dann schon Sinn Juhu Ein weiteres verschrottetes Auto Achso, Moment Licht aus Ja, da sitzt der Fahrer im Gras Hervorragend Okay, erstmal alles raus Achso Ja, dieses Film ja beim, bei manchen Editieren auch Wo ich auch gedacht hab, Junge Gerade in der Folge, wo wir die Autos versemmelt haben F Einfach nur F Das reicht schon So Andersrum geht's leider nicht mit einer Schnelltaste So Beziehungsweise das können wir an uns behalten Ich will ja jetzt nur, ähm, hier noch das Die Autoteile wieder abnehmen Wo das auch schon super Die Räder haben aber lustigerweise nicht gelitten So Na, droppen kann man die, okay Ich probier das mal Was ist denn, droppen? Ah, das geht ja viel schneller Hey, warum mach ich das nicht gleich? Na, das soll ich mir vielleicht mal merken Das soll ich mir vielleicht mal merken Ja, das macht Halt, 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 halt Äh Wir haben eins vergessen, ja Ja, etwas ganz Wichtiges sogar Was essentielles Gut Das ist ja nicht so das Wichtigste überhaupt Sagt die Uhrzeit Ja, es ist schon sehr spät Ja, so kann man den Tag auch gut rumbringen Gut Und noch einmal Dann haben wir es Alles klar So, dann füllen wir das noch auf Dann ist hier auch mal Der Tank voll Sehr schön Achso, ich guck nach hinten Okay So Da vorne geht's aber irgendwo wieder rein War's nicht hier irgendwo? Ne, das war zu spät Moment Das Auto steht sozusagen Der Dorf zugewandt Seid Und dann hier rein So Da vorbei Ja, jetzt ist es etwas finster Mal schon genau gucken Wo man hinfährt So Einmal noch links So Auf den Mh Mh Bisschen Drifteinlage hier Spannung am Abend Nicht noch abends in den See fahren Das muss ja nicht sein Nein, dann muss es wirklich nicht Uh Okay, ein Motel hat ein Auto Das ist eins dort mitten auf dem Weg Ja, hier stehen genügend rum Das ist gar kein Problem Manche Bäume sind auch sehr nah an der Straße So, hier geht's rein Genau Das Licht haben sie übrigens viel besser gemacht Ich bin froh, dass sie das Licht eingeführt haben Das macht es schon viel leichter hier lang zu fahren Und sie dann so alles, was zwei Meter vor einem auftaucht Uff Mann, Mann, Mann Okay Gut, die Teile kommen wieder oben rein Und dann heißt es In die Falle Das war ja ein Abenteuer Jo Mine und ein versemmeltes Auto Nennt sich das dann Man kann es auch einfach droppen Habe ich jetzt eine Zündkerze dazwischen geworfen? Ich weiß es gar nicht mehr Na gut Wen kümmert's? Wir haben genug Ja, Essen brauchen wir jetzt eigentlich nichts Ich würde jetzt einfach sagen Wir schlafen jetzt wieder für unsere 10 Stunden Ja, in der nächsten Folge Ich würde ja sagen Wir gehen nochmal in unserer alten Hütte vorbei Und wir bauen vielleicht auch mal Das Auto vor dem Bauernhof Rösten wir vielleicht mal so aus Dass wir es theoretisch nutzen können Falls wir Probleme wieder in der Nähe der Mine bekommen Aus welchen Gründen auch immer Man weiß es ja nicht Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen Ich wünsche euch einen coolen Tag Wir sehen uns Macht's gut Ciao Wir sehen uns beim nächsten Mal